A Two-Bot-Adventure ist sehr passend, weil wir gerade mal Two-Bots sind. Also der Basti und ich, der Knasti, der Däckigste. Hallo! Hallo! Hi! Wir sind zu zweit! Das ist richtig! Wir haben uns da spontan so entschieden, dass wir zu zweit auch mal Portal spielen. Ja, richtig. Das war vor zwei Jahren. Ja, und jetzt sind wir immer noch dabei. Richtig, eigentlich ist es total schlimm, aber irgendwie auch schön. Es ist wie seine Verwandtschaft eigentlich. Eigentlich total schlimm, aber man fährt doch irgendwie immer wieder hin. Da gibt es wenigstens Gutes zu essen, ne? Ja, eben. Jetzt überlege ich gerade, was ist denn bei uns das Gegenstück zu essen? In unserem Fall. Die Labermomente, die wir haben. Stimmt, richtig. Ja. Das stimmt. Das sind gerade die schlimmen Momente in der Familie, ne? Das ist lustig. Das stimmt. Und… Ja, wie dem auch sei, der awesome Ouija hat uns früher mal bei den Bee Gees gesungen, dann war der Name aber, ja, nicht mehr so toll. Und dann hat er sich awesome Ouija genannt. Ouija, genau. Ouija. Und jetzt wahrscheinlich läuft die ganze Zeit im Hintergrund von der Map dann Stayed alive! und so weiter und so fort. Ist aber ein super Lied, muss man sagen. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings tatsächlich. Es gibt ein paar Klassiker, die sind, wo man sich denkt, das kenne ich schon, aber irgendwie haben sie doch was Besonderes. Das ist ja auch das Lied, dass man, wenn du jemandem eine Herzmassage gibst, dann sollst du dieses Lied die ganze Zeit summen, oder innerlich zumindest, weil das nämlich genau der Takt ist, in dem du die Brust massieren musst, also in dem du diese Pressbewegung aussehen musst. Das ist doch super. Das ist total passend, das fand ich ganz lustig damals im ersten Hilfekurs. Tja, haben wir die gemacht. Snailer, stell dir mal vor, du fängst wirklich laut an zu singen, das ist so lustig. Und der Typ, der wiederbelegt wird, wiederbelebt, nicht belegt, macht dann die Augen auf und tanzt erstmal los. Ja, oder er macht die Augen auf und sagt, ne, alter, ne, auf dieser Welt will ich nicht bleiben, das ist mir echt... Und der Fliesenboden, auf dem er aufgeschlagen war, der verwandelt sich dann zu so einer Disco-Fläche, wo dann die verschiedenen leuchtenden Fußbodenplatten sind. Das wäre doch super. Stimmt. Wie dem auch sei, wir stehen jetzt auch mal hoffentlich live bei Two-Bot Adventure. From Awesome Vigi. Haben wir schon gesagt. Deswegen kamen wir auf den ganzen Quatsch. Ich wollte es doch nochmal... Entschuldige, ich wollte hier einen Bogen schlagen. Ja, aua. Im Kreis. Hallo? Stay in the light. Stay in the light. Stay in the light. Hast du auch hier so ein Geräusch, als ob du fallen würdest? Nein. Scheiße. Warum fällst du immer? Ich weiß es nicht. Warum kann man immer noch nicht spründen hier? Sterb. Ich meine, stirb. So. Besser? Bisschen. Ich höre es nur ganz leise. Immer noch Windgeräusche? Ja, irgendwie ja. Aha. Das ist ja komisch. Ich rühre mir nochmal um. Guck du schon mal, was man hier so machen kann. Vielleicht wird es ja mal leise, hier öfter ich nicht umbringe. Glaubst du? Ich drücke mal... Oh. 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 Hallo. Also meinst du, dass es bei dir spielbar ist? Ja. Ja, das geht. Ja. Das ist toll. Wir ignorieren mal nicht die Knöpfe, die offensichtlich sind. Oh. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Danke. Jetzt bist du dran. Okay. Ja. Das meinte ich jetzt zwar nicht, fand ich aber auch gut. Ja. Achso. Ich dachte mir, ich mach mal den Knasti. Mach mir den Knasti. Das bleibt ja sogar oben, das Ding. Ja. Kenn ich sonst so gar nicht. Ich wollte gerade sagen. So. Gehst du nochmal runter? Boden? Da so. Was passiert eigentlich? Weiß ich nicht. Ich geh mal da hoch. Hä? Hä? Kannst du nochmal? Achso. Ach, danke. Draht sich um. Das ist ja interessant. Yeah. Wo ist der Ausgang denn? Da oben ist er. Da. Oh, baby. I love the way. Wird es jetzt die Oldies-Folge werden? Hier die Klassiker-Folge? Ja. Du musst hier hochkommen. Every night and day. Ich kann ja gar nicht hochkommen. Kannst du. Kann ich nicht. Da fehlt. Kannst du wohl. Eine Flasche. Achso. Ich bin noch da. Oh. Hallo. Hi. Ich kann ihn nicht einholen. So. Ich geh mal hier drauf. Du gehst so. Ah. Oh. Oh. Ah. Geht das Kraftfeld aus? Geht man hier? Oh. Was denn hier ist? Oh. Da ist eine Wand. Hat sich hier. Bringt uns das was? Ja. Ah. Füppchen. Lass mich da durch. Lassen Sie mich da durch. Ne, 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 ne. Hören Sie mal. Entschuldigen Sie mal, junge Frau. Da. Deiner. Meiner? Ja. Da ändert sich was. Schwänger. Boi. Boi. Hallo. Ja, jetzt darfst du noch mal. Darfst du noch mal. Darfst. Warte. Doch. Du darfst da drücken. Ich darf. Ah, das machst du gar. Ja, aha. Was passiert? Hui. Äh, du musst jetzt laufen. Okay, ich laufe. Ich hoffe, ich halte dich nicht auf. Ich glaube schon, aber egal. Ich versuch's mal. Ja. Oh, da bist du jetzt schon wieder. Hallo. Hui. Oh, hä? Das war ja schon irgendwie lustig. Das will ich direkt noch mal machen. Ich find das gut. Nein. Hallo. Ich möchte auch mal springen. Mach du mal ein Portal. Okay, warte. Ich mach mal ein Portal. Mach mal ein Portal da. Jetzt muss er nach oben. Ich muss jetzt mal hoch. Aua. Entschuldigung. Das kann, das ist da. Schwingel. Schwingel. Warum kommst du denn nicht? Doch, da kommst du rauf. Ich komm, ich komm gerade rauf. Da und dann links da so unten da so. Ja, ja. Oh, das ist fette. Ich glaube, ich stehe im Weg. Ja, dann gehst du halt vor der Seite. Hui. Oh, das ist schön. Das gefällt mir hier mal. Ja, find ich auch gut. Muss man dazu sagen, ist wieder eine bestbewertete Mappe, weil wir auch uns gedacht haben, ja. Oh, ne? Ah. Das ist doch komisch. Da kommt er, da kommt er. Hiiii. Na? Na. Ich hätte in der Luft schon auswählen sollen, dass ich einen coolen Move mache, wenn ich dich ankomme. Dann habe ich auch gedacht. So. Au. Wie, habe ich dich gehauen? Ne, ich fahr das jetzt. Hier muss er, da muss er rein. Ah, ne, das ist ja jetzt mal hochinteressant. Warte, ich schieße den mal rüber hier. Da kommt dann noch die nächste hier. Hi. So? Oh. Tu es. Was ist da passiert? Da ist ein weiteres Prisma. Okay, ich lasse mein Prisma jetzt hier einfach mal liegen. Ja, ich auch. So. Zack. Klopp. Sollte jetzt gehen. Oh. Da, da, oh. Ja, genau. Wunderbar, wunderbar. Das war knapp, ey. Aha, ist ja fein gemacht. Danke, danke. Ja, wir hätten es ein bisschen anders anordnen können da, dann hätte es besser geklappt. Ja, aber muss man ja nicht. Äh. Da, 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 da. Hätte hier vorne nicht auch eins rauskommen sollen oder war das schon das erste direkt? Ja, ne? Ich glaube, das war das erste. Okay. Hä? Ich bin verwirrt. Ah, hier sind wir. Ich finde es sehr interessant, wie viele unterschiedliche Wege man hier gehen kann. Ja, das stimmt. Also es ist ziemlich durcheinander, aber ziemlich nett. Ja. Man kommt halt zwar recht einfach durch, aber irgendwie... Hast du auf den Knopf gedrückt? Ja, habe ich. Sehr gut. Da ist auch kurzzeitig irgendwas passiert. Ich weiß allerdings nicht, was. Aha. Da haben wir eine Portalfläche. Aha. Da haben wir auch eine Portalfläche. Warum wird denn das da hingeschoben? Ich gehe mal, ich gehe mal da runter und drücke mal hier drauf. Mal gucken, was passiert. Ja. Hier, Würfel. Warte. Ähm. So. Musst du auf eine andere Seite hier? Und, äh, so. Ne, brauchst du gar nicht. Jetzt kann ich da ja nichts machen. Ne, ne, ne. Der macht mal ein Portal da so hin. Auf die Seite. Aha. Ah, ja, ja, richtig. Versehen die? Oh, ich verstehe das. Knöpf. Hi. Ach, cool. Voll der Abfallcontainer hier. Wo ist er jetzt hin? Ja, der ist reingefallen und hat da einen, einen, irgendwas aktiviert. Ach. Hier, das, was jetzt hier gelb am, am, äh, leuchten ist. Was ist hier? Da hinten rüber müssen wir jetzt. Wo da hinten rüber? So. Da so. Hallo. Wupp. Oh. Hey. Oh. Hoi, hoi, hoi. Was ist hier so? Ähm. Hier ist nichts. Doch, da oben ist eine Bitch. Natürlich ist hier was. Da oben ist, äh, links, hier müssen wir, willst du fallen? Komm, du fällst. Hier war ja, hier waren wir ja schon gerade, ne? Das ist ja alles okay. Ich meine, das ist, ich meine, das ist alles sehr schön gemacht hier. Äh, man ist aber immer sehr schnell durchgelaufen. Das stimmt. Das ist... Äh, so. Oh ja. Hä? Ah. Hä? Ich war gerade verwirrt, aber es war nur eine Illusion. Du kannst da oben ein Portal hinmachen von dir. Warte, ja, ich komme. Oh. Hier, wupps. Oh. Hier, wupps. Aha, das ist ja aber interessant. Ja, gucke mal da. Warten Sie mal kurz. Ich will auch mal gucken hier. Was ist hier los eigentlich? Ja, gucke mal, da kann man bestimmt... Oho. Toll, jetzt wird die Brücke aktiviert, die wir ganz am Anfang schon gesehen haben. Ah, oh. Müssen wir zurück da jetzt? Äh, ja. Hier unten können wir runter. Oh. Ach, können wir das? Ah. Hä? Oh, Entschuldigung, ich bin da jetzt gerade... Nee, nee, nee. Ich habe das selber auch gemacht. Ui, 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 ui. Aha. Hä? Hä? Ich bin zu kurz. Äh, gesprungen meine ich. Ich bin zu kurz. Oh. Hier ist aber interessant. Bin ich am Anfang? Hallo. Ach, deswegen hat man das... Was ist das denn da? Äh. Ach so. Kommen Sie auch mal hoch? Hallo. Aha. Das ist ja cool. Yeah. Das hast du super gemacht. Ich habe doch nichts gemacht. Das warst du. Ach so. Äh. Oh. Hallo, Tirit. So schön. Das wollte ich noch nicht mal. Super Timing, ey. Ich habe die falsche Geste gemacht. Aber es ging auch gut. Au. Ich frage mich. Boing. Was fragst du dich? Ja, du kannst auch einfach das... Hier, das da... Genau, da halt hin. Set ist no problemo. Oh. Hoi. Fahre hoch. Multi-Portal. Multi. Multi... 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 Multi-Vitaminsaft. Das wäre toll, wenn man im Laden steht. Und dann nimmt man sich eine Flasche Multi-Vitaminsaft aus dem Regal. Und dann kommt halt das Geräusch. Multi-Vitamin. Das wäre ein bisschen sinnlos. Aber ich fände es lustig. So, das ist der Ausgang. Was? Ja. Multi-Ausgang. Warte. Ich möchte meinen. Warte. Oh. Ich gewinne da nie bei. Sag mal, bin ich eigentlich anders lackiert bei dir? Nein. Nö. Warum nicht? Jetzt verlieren wir auch noch beide. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist bei dir der Lack ab mittlerweile. Hm, da gehst du noch länger ab. Ja. Kommst du mal näher? Ich möchte dich betatschen. Kommst du mal näher, Schätzelein? So. Wupp. Wie oft haben wir diesen Ausgangsraum eigentlich schon gesehen? Und wie oft haben wir uns da von dem Boden schon angeschaut, als wir gestaubstucht haben? Wie oft haben wir uns im Dunkeln versteckt hier? Ja, das ist schon da rechts. Das ist fast immer das Gleiche, während man dann redet. Das ist, also ich schätze so, ich tippe auf 230 mal 220, weil es ist schon ganz schön viel. Sagen wir mal, ist es oft. Ja. So. Sehr häufig. Deswegen machen wir es heute kurz und knackig. Oh ja. So wie wir sind. Genau. Wobei wir sind eher lang und knackig. Ja. Besser als lang und schlaff. Das stimmt. Ja. Das stimmt sogar. Ja. Hab ich schon gehört. Dass das der Wahrheit entspricht, was du da jetzt sagst. Ja. Das kann ja jeder so halten, wie er möchte. Sag ich mal. So halten. Das ist schön. Also das wird echt nicht besser hier. Nee, aber ist ja gar nicht so schlimm. Nö. Wir sind ja auch nicht hier, um besser zu werden. Sondern um... Deswegen machen wir es auch gar nicht so oft hier. Also das Spielen, das Portal spielen, aufnehmen. Richtig. Wobei es halt... Ist halt sehr wenig die Motivation, hier besser zu werden. Das ist einfach nur, weil es nett ist. Ja, weil es... Irgendwo macht es halt auch Spaß. Das ist ja keine... Wir sind ja keine Profi-Portal-Spieler hier. Das merkt man ja vielleicht. So am Rande kann man es erwähnt haben. Vielleicht. Und gesehen. Ich bin sowieso kein Profi-Spieler. Egal, um was es geht. Ich auch nicht. Aber... Wir haben Spaß. Nicht wahr? Ja, haben wir. Ich würde sagen, ihr habt jetzt noch ein bisschen Spaß, indem ihr rausgeht. Geht raus. Ist egal, welches Wetter ist. Nackt ausziehen, rausgehen, über die Wiesen hüpfen. Ja. Falls ihr keine Wiesen da habt, dann über die Straßenbahn schien. Da ist manchmal auch Gras dazwischen. Aber passt auf. Das sind doch potenzielle Zuschauer. Oh, Entschuldigung. Zukünftige. Ja, stimmt. Aber auf Wiesen lauern auch viele Gefahren. Stimmt. Wenn nicht Zecken, dann Mähdrescher zum Beispiel. Oder... Ja, oder... Oder Wildschweine, die einem plötzlich da... Erdrutsche. Ja, oder sowas. Erdbebenvulkane. Oder Aliens. Aliens, richtig. Ja. Alles, was man eben auch aus SimCity und so kennt. Ja. Vielleicht auch sogar Godzilla. Ja. Da kommt jetzt demnächst der neue Film ins Kino. Ich wollte es nicht angesprochen haben, ja. Ich habe es jetzt aber leider getan, das tut mir leid. Wahrscheinlich werde ich den nicht sehen. Ich bin mir auch nicht so sicher. Obwohl ja der Hauptdarsteller von Breaking Bad da auch einen Hauptdarsteller mimt, beziehungsweise ein Hauptdarsteller ist. Und der ja ein sehr guter Schauspieler ist, muss ich sagen. Und den mag ich auch sehr. Aber irgendwie... Die Geschichte ist halt auch immer die gleiche, ne? Ist halt einfach... Da kommt ein großes Monster und zerstört alles. Ja. Und das war es. Das ist irgendwie jetzt nicht so... Oder am Ende gewinnen die Menschen doch. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja, weiß man denn nicht. Oh, dann wäre der Film ja wieder sensationell gut. Aber wie viele Hollywood-Streifen gibt es, die kein Happy End haben? Das ist, glaube ich, nicht allzu viel. Ja, wenig. Tja. Naja. Wie auch immer. Guckt euch ihn an oder auch nicht. Mir ist jetzt scheißegal. Macht, was ihr wollt. Ihr könnt euch das auch selber nachspielen. So als Cosplay vielleicht. Keine Ahnung. Ja. Das wäre sogar die beste Alternative. Ja. Hauptsache ihr habt irgendwas, was ihr machen könnt. Genau. Macht einfach irgendwas. Genau. Wir machen auch was. Und zwar Schluss. Ja. Mit euch. Diese Knaller-Überleitung immer. Ja. Das ist unglaublich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder bei Portal 2. Custom-Koop. Die Co-Obs, die... Nee, die Customs sind Co-Op-Maps, seit es Custom gibt. Oder wie war das? Die... Custom-Mösesten. Custom-Mösesten... Custom-Maps, seit es Co-Op gibt, glaube ich. Bitte schreibt es jetzt in die Kommentare. Wir können uns leider nicht daran erinnern. Falls ihr euch an diesen Klassiker, der Leitspruch, äh... Fäden hier erinnert, dann einfach mal hinein klöppeln, in Steinmeißeln und uns per Luftpost zuschicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.